Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier wagen, Sie meinen Befehl zu wiederseiten! Oh, meint euch das einfach, Decker? Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestliche, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbinden... Ich sage Feiglinge! Verreißer, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig. Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahre lang hat das Militärmalle Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als Wegkrieg... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan! von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich verliere von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich zu verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat gehüpft am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich, der Volk ist. Er jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Das war. Es war. Es war. Es war. Es war. Es war. Vielen Dank.